Wir befinden uns hier auf der grossen Schanze, das ist gerade oberhalb des Hauptbahnhofs. Hier startet unsere Campus-Tour. Hinter uns seht ihr das Hauptgebäude der Universität Bern und auf der linken Seite befindet sich das Institut für Exakte Wissenschaften. In unmittelbarer Nähe, wenn wir hier über die Strasse laufen, befindet sich das Gebäude Uni S. Wir befinden uns hier definitiv am einten der exotischen Dorf der Uni Bern, im Botanischen Garten. Im Sommer kann man sehr gut zählen und den Schatten geniessen, wenn es zu heiss wird und auch eine Abkühlung in den Ahren liegt, denn die ist nur eine Minute weg von hier. Wir sind jetzt am Ende des Lengasse-Quartiers angekommen, auf dem alten Fabrikareal von Rol. Heute teilen sich hier die PH Bern und die Universität Bern Räumlichkeiten. Und dort hinten befindet sich der grosse Bremgartenwald. Wir befinden uns hier im Zentrum für Sport und Sportwissenschaften. Wenn du einmal vom vielfältigen Angebot vom Unisport profitieren willst, wirst du früher oder später hier vorbeikommen. Wir stehen hier im gemütlichen Innenhof vom Unitobler. Hier endet unsere Campus-Tour. Schön seid ihr mit uns unterwegs gewesen und vielleicht laufen wir uns ja mal über den Weg. Bis bald! Bis bald! Tschüss! Tschüss! Ciao 67 lipfühlfühlfühlfühlfühlwikodopfaktionengooh Untertitelung des ZDF, 2020